Jo Pernas und Willkommen zu einer kleinen Woche im Folge der FIFA 16 Karriere mit VfB Stuttgart Wir spielen heute gegen Hertha BSC Berlin und das Zuhause Deswegen starten wir einfach mal direkt rein, ändern hier das so diesig Und ja, wechseln hier mal so ein bisschen rum Hier fangen wir mal Bakambo rein, hier kommt mal Kichner rein Hier, ah ne, hier kommt Kichner rein und da Traore Hier lassen wir jetzt mal Grenier von Anfang an Und hier dann Gruetzo mit, ja, Framus spielen Und ja, auch ein Insur ist da relativ gesetzt Aber wir packen trotzdem mal Hector rein Ja, das ist so ungefähr die Mannschaft Ja, mit der starten wir einfach mal rein Wir wechseln hier einfach mal richtig durch Das brauchen wir jetzt gerade mal, damit wir mal ein bisschen fitte Spieler auch wieder haben Und vielleicht kann Grenier ja wirklich mal was zeigen Das würde mich richtig freuen, wenn der jetzt nochmal richtig was zeigt hier Wenn er von Anfang an im ZOM spielt, das hat er ja noch nie bei uns Ähm bisher war sein Sein Aufgabenbereich ja doch eher der zentrale Mittelfeldbereich Und nicht der zentrale offensive Mittelfeldbereich Aber okay Hier ist schon relativ viel kaputt, muss ich ja auch mal sagen bei uns Was ist da denn los? So Rentner legt den Ball auch direkt mal auf Hosogai Alles klar Lustenberger, Ronny Stark und Schieber Legt den Ball hier auf Weiser Mitchell Weiser und Hector dazwischen Sehr gut Gibt die erste Ecke für Hertha nach vier Minuten Nach nur nicht mal vier Minuten Ah, wobei doch, ja gut Kann man schon sagen nach so vier Minuten So Frey hier das erstmal gut dazwischen So muss das Von den Berg Legt den Ball aber auf Haraguchi Der ist auch wieder durch Schlechte Ball aber richtig weit weg Eieieiei Wenn die so spielen, dann wird das hier nichts Aber Ja, sie spielen besser als wir Sie machen nämlich schon Druck Wir hatten bisher noch überhaupt nichts, was so was angeht Und Frey Legt den Ball auf Rüdiger Rüdiger auf Gentner Gentner auf Bakambu Bakambu auf Frey Frey auf Traoré Sehr gut Jetzt können wir mal Druck machen Traoré läuft Traoré hat den Ball Traoré legt den Ball weiter zu Kichner Kichner läuft nach innen Von da aus dann zu Traoré wieder Ja, der läuft auch wieder ins Zentrum Aber Verliert dann leider den Ball Und dann gibt es trotzdem die Ecke Eieieiei Hertha hier mit einem Riesenfehler eigentlich schon fast Kann man sagen Das war ja schon eigentlich geklärt So, wir legen den Ball mal da auf Kichner Und von Kichner aus Der zieht in die Mitte Und verliert den Ball Ja, der verliert den Ball Das gibt es nicht Schieber So, jetzt legen sie hier den Ball auf Van den Berg Der zurück nach Kraft Okay Stark Legt den Ball auf Pekarek Und von da aus geht der Ball zu Weiser Jetzt Hektor hier weg Ginter muss klären Aber macht das gut So, jetzt Frey Jetzt muss da mal was kommen Jetzt kommt schon So, Frey auf Gentner Sehr gut Gentner auf Groezo Groezo auf Hektor Hektor Sehr gut auf Kichner Das könnte jetzt was werden Kichner Läuft nach innen Zieht wieder nach innen Legt den Ball auf Gentner Von da aus zu Grenier Der auf Traoré Und Traoré schießt Kraft hat den Ball Schade Schade Das wäre es jetzt gewesen Traoré ist auch immer noch so ein Spieler Den ich am ehesten noch ein Tor gehen würde Das wäre mal wieder so ein bisschen mehr zeigt So Ja, er gehört ja eigentlich hin Ja, das Ja, jetzt nicht irgendwo anders hin gehört Okay, das war jetzt Sehr gut von Langrack Der war da Das war wichtig Und Gentner Legt den Ball auf Frey Traoré wieder Wieder bei Im Pertrand Traoré Traoré wird da gelegt Das gibt den Freistoß 24. Minute Und gelbe Karte hier für Stark glaube ich Nee, für Pfannenberg Okay Ei, 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 ei So, von da aus können wir aber Auf keinen Fall den Ball rein machen Deswegen legen wir den Ball hier einfach so ein bisschen rein Und da steht dann Pfannenberg Dazwischen Das gibt es nicht Weiser legt den Ball auf Pfannenberg Wieder Pfannenberg Jetzt Ronny Legt den Ball da runter zu Haraguchi Grenier läuft mit zurück Frey muss aber da auch mitlaufen Läuft da auch mit Aber Falsch Und wann nehmen wir Köpfe den Ball Dann daneben Naja, hätte ich mit Fanny Hätte ich mit Frey Vielleicht ein bisschen besser machen müssen Bin da ein bisschen blöd gelaufen Aber gut Zu meiner Verteidigung Ich habe gerade Ungefähr acht Stunden gestreamt Wir haben jetzt gerade Ja 8.30 Ja, 8.33 Und Ja, die beiden Folgen Dann habe ich sogar Neun Stunden gestreamt Nee Acht Stunden habe ich gestreamt Ich habe um 7.37 Ungefähr aufgehört Habe gerade Minecraft aufgenommen Jetzt noch FIFA aufnehmen Und das weiß es muss auch noch heute kommen Deswegen Ja Entschuldige ich vielleicht Dass ich Ein bisschen Was so das Spiel angeht Oder auch allgemein so Was meine Logik angeht Ein bisschen Nachhinke Mit der Logik Oder sonstiges So Oh mein Gott Oh mein Gott Meine Witze Wären immer schlechter Oh Gott Ey Was für Wortwitze Ich hier mache Van den Berg Oh man Verlierte Ball gegen Groetzo Sehr gut So und Groetzo Legt den Ball auf Gentner Gentner auf Grenier Das ist sehr gut gemacht Der zieht nach innen Der schießt Und dann ist ja Beider von Pekarik nochmal geklärt Bakambushi Köpft den Ball nochmal Eieieiei 43 Minuten Ungefähr gespielt 42. Minute Und Es steht weiterhin 0-0 Langsam hätte Hier aber doch schon Eine Mannschaft Das 1-0 Verdient Also Sowohl Hertha hatte Gute Chancen Als auch wir Auch wenn ich jetzt Ehrlich sagen muss Wir haben momentan Die Besseren Chancen Holen hier wieder Eine Ecke raus Oh man So was wird das jetzt Jetzt legen wir Den Ball mal nach Da hinten So Grenier Auf Kischnar Wieder Kischnar Diesmal aber Hoffentlich besser Kischnar schießt Kiegt den Ball nicht Aber Groetzo Und Kraft hat den Ball Perfekt Das gibt es nicht Groetzo hat sowas von Wenig Kraft hinter dem Schuss Der muss vielleicht mal Schusskraft trainieren Also Bei dem Das ist ja jetzt Nicht das erste Mal Der Der schießt Und der Ball ist einfach Vollkommen locker geschossen Und Der Teuter kann den Ball Einfach direkt aufnehmen Und Van den Berg Grenier holt hier Die nächste Ecke raus Vier Minuten Nachspielzeit inzwischen Okay So Nochmal Grenier Auf Bakambu diesmal Bakambu kriegt den Ball aber nicht Aber dafür Hector Hector Schießt nochmal Schießt den Ball drüber Und das war es dann Zwei Halbzeit 0 zu 0 Ungefähr nach 50 Minuten Leverkusen liegt zurück Gegen Düsseldorf Eieieieiei Und Darmstadt Liegt auch wieder zurück Darmstadt wird Immer weiter runter laufen Hier momentan Und Rupp kommt mal rein Und hier Lass ich jetzt einfach mal Ja ich Packe Ginter dahin Und hier packe ich Sundic rein Wir müssen auch mal Frey eine Pause geben Der ist 16 Jahre jung Er wird das nicht durchgehend schaffen Und auch unser Kapitän Der ist Äh Auch schon ein bisschen älter Der wird das auch nicht mehr ganz so schaffen Jedes Spiel hier durchzuspielen Deswegen brauchen die beiden auch mal Nach 45 Minuten schon eine Pause Auch wenn ich eigentlich nicht so der Halbzeit Wechsler bin Muss das bei den beiden mal sein Und das habe ich jetzt mit Kischnall Richtig schlecht gemacht Stark Alter was war das denn für ein starker Spaß Also für ein starkes Spiel Jetzt mal ohne Das blöde Wortspiel Wortspiel Hector sehr gut Hector Grätsch noch mal dazwischen 50 Minuten gespielt Oh man Nächste Ecke für Hertha Die zweite glaube ich jetzt Und Niedermeyer Ach ja ist ja jetzt Niedermeyer von Hertha Hat den Ball da berührt Okay Ich dachte jetzt Unser Spieler hat den Ball berührt Und da Niedermeyer ja auch früher bei uns war Gab er das Wir irgendwie jetzt gerade einfach so Routine mäßig So ja Niedermeyer gut gemacht hat Ne scheiße Der ist ja gar nicht mehr bei uns Das ist ja Äh Ein Hertha Spieler Aber wie Ich dachte eigentlich Wir hätten da geköpft Aber okay Ronny Hosogai Und Van den Berg Wieder Wieder Hosogai Und der setzt sich hier auch gut durch Harachu Oh Gott Ronny Van den Berg Haraguchi Van den Berg Sunsitsch dazwischen Eieieieiei 58. Minute Wir jetzt hier richtig unter Druck Von Hertha Und Hertha mit ihrem ersten Wechsel Shigerchi Kommt rein Hosogai Und Van den Berg Jetzt Bakamu Holt sich im Ball hier vielleicht mal Bakamu wird aber gleichzeitig Wieder gelegt Ja Taktisches Foul Van den Berg Kann froh sein Dass er Dafür nicht gelb bekommt Weil dann Wär es gelb-rot Deswegen denke ich mal Wurde es auch Gab es auch kein gelb Und Gintar sehr gut auf Bakamu hier Normal Und Bakamu ist jetzt wieder hier Vollkommen durch Vollkommen blockiert Die stehen hier aber auch Dann zu 10 In der eigenen Hälfte Kommt mir das vor Im eigenen Strafraum Und Grenier Macht es einfach mal Oh mein Gott Alter Da habe ich einfach mal So ein angeschnittenen Schuss da versucht Und dann geht der Ball Einfach so Aus dem Stand Mochtet Und einfach locker Flockig da so In den Winkel rein Alter Clomant Grenier Wenn der das öfters macht Dann war das Der beste Kauf Unseres Lebens Der spielt ja eh schon Echt gut für uns Eigentlich Macht hier viel Macht hier sein Seine Spiele Macht hier seine Vorlagen Seine Pässe Ist ja eigentlich Ein richtig guter Spieler Und jetzt macht er auch noch Ein Tor Und dann auch noch so eins Und Grenier Kickt gleich die nächste Chance Kickt einen Freistoß Okay Gibt erstmal den Wechsel jetzt Okay Und Grenier macht ja 2-0 Oh mein Gott Oh mein Gott Was ist denn jetzt hier los Oh mein Gott Das war das erste Mal Der ich so einen Freistoß Reingemacht hab Sonst mach ich es hier Immer so drüber Und jetzt hab ich den einfach mal So Da so angezirkelt So neben dem Neben der Freistoß Neben der Mauer her Dann hab ich noch nie geschafft Das habt ihr ja gemerkt Ich hab das ja in den letzten paar Videos Auch schon versucht Und jetzt hab ich das endlich mal geschafft Ähm Also Grenier auf jeden Fall Ein guter Maxim-Ersatz Wenn mal Maxim Wirklich verletzt sein sollte Was so Freistoß angeht Kriege ich auf jeden Fall Mit dem auch Zumindest so schon mal Relativ gut hin Äh Dafür hab ich mir den ja auch Extra nochmal gekauft Weil ja auch da stand Das ist ein Freistoßschütze Wenn ich mir so dachte So okay So ein zweiter Freistoßschütze Neben Äh Neben Maxim ist auf jeden Fall gut Und Bakambu ist jetzt auch nochmal durch Bakambu Bakambu Brooks Äh Brooks Dazwischen Schade Das wär's jetzt noch gewesen Wenn wir jetzt hier Die ganze Zeit So spielen Und dann auf einmal einfach Ganz schnell Dreierpack so gesehen Ah Rupp Schade Hätte er den Ball nochmal Durchsetzen müssen Zu Grenier eigentlich So jetzt Sunsic Kick den Ball dann nicht geklärt Taraguchi Sunsic nochmal Sehr gut Leg den Ball auf Ginta Der kick den Ball nicht Aber Rüdiger Sehr gut Und nochmal Grenier Ah Hosegal wieder Gruetzo Kischnah Gruetzo Leg den Ball hier direkt auf Brooks Das gibt es nicht Als nächstes spielen wir aber gegen Hamburg Das könnte ein ähnlich gutes Spiel werden Wie das jetzt gerade So Hector Gruetzo Ah man Das gibt es nicht Jetzt verlieren wir nur noch den Ball Jetzt nur noch Hertha hier gerade am Ball So jetzt aber Rupp Grenier Ja sehr gut Legt dann den Ball nochmal Zurup Wir wechseln jetzt gleich nochmal aus Wir wechseln jetzt gleich nochmal den dritten Spieler ein Den wir heute einwechseln können Und zwar genau jetzt Jetzt bringen wir nochmal Maxim rein Für den lieben Grenier Der darf sich ja mal feiern lassen Würde ich mal sagen Also nach zwei Toren Davon ein wunderschönes Freistoßtor Würde das Äh Sich denke ich mal Sehr gut machen Und Schieber Köpft hier zum Glück nochmal drüber Sehr gut Sehr 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 gut Okay Ginter Rüdiger Rupp Sehr gut Legt den Ball auf Traore Traore könnte sich jetzt auch nochmal durchsetzen Hier vielleicht Setzt sich aber gegen Van den Berg Nicht durch Schade Chigerchi Und Van den Berg Ha Lustenberger Wieder Van den Berg Schieber Wird da von Rüdiger Fair vom Ball getrennt Eieiei Ich dachte erst das wäre nicht fair gewesen Aber anscheinend wohl doch Okay Lustenberger Einwurf für uns nochmal 89. Minute Rupp Auf Ginter Van den Berg Klär den Ball wieder ins Haus Okay nochmal ein Einwurf Ich muss ehrlich sagen Ich hätte jetzt nicht unbedingt gedacht Dass wir hier Jetzt Dann auch noch 2-0 gewinnen Ich hätte vielleicht gedacht Wir zittern uns hier wieder Zu einem 1-0 Sieg Vielleicht verlieren wir auch das erste Spiel Oder wir spielen halt einfach unentschieden Zum einen Weil ich halt Gerade erst So gesehen Also weil ich halt Mega müde bin Noch von dem ganzen Von dem Stream jetzt gerade Gut Ich hätte jetzt natürlich auch weiter streamen können Ich habe jetzt Nur aufgehört zu streamen Damit ich aufnehmen kann Und So weiter Aber trotzdem Es ist halt einfach krass Erst recht Wenn dann solche Bälle hier drin sind Wie zum Beispiel der von Grenier Mit dem Freistoß Oh mein Gott Düsseldorf gewinnt auch noch 2-0 gegen Bayer Leverkusen Was ist denn da los Eieieiei So Sonsich Möchte sich nochmal dafür danken Dass ich ihn Mehr einsetze Ja gut Mach ich wohl Deolivere auf eine 51 Sehr gut Folonier Alter 15 Jahre Wie gut Eine 50 Alter Wann wird der 18 Wann hat der Geburtstag Alter Guckt euch die Guckt euch das an Der ist 1 49 Hat ein Gewicht von 61 Und seine Stärken sind Stärke mit 83 Zum Beispiel Und dann noch eine gute Sprungkraft Gute Aggressivität Gute Angehende Gute Ausdauer Also für einen 15-Jährigen Auf jeden Fall Mega gut Auf den habe ich richtig Bock Auf den habe ich richtig Bock Spiel heißt es Wunders bekannt gegeben Wer ist es denn Dortmund Und man Aubergang Alles klar So Wer ist hier überhaupt mal gut Aubergang mit 4 Toren Ja okay Gincec auch Ach mit 8 Toren Nicht mit 4 Gincec natürlich auch mit 8 Hat ja das letzte Spiel Jetzt nicht gespielt Und Jetzt Gehen wir hier weiter Und Bayern hat nun Und entschieden Wieder mal gespielt Sehr gut Bayern momentan Eher so auf Abstehenden Abfallenden Gleichs würde ich sagen Schon fast Und hier Grenier Der Glücksspringer Von VfB Stuttgart Okay Nach 2 Spielen Nach 2 Toren Auf jeden Fall Ja aber das ist Mega gut gewesen Was der hier geleistet hat Der wird auf jeden Fall Guck mal der hat sich schon wieder Verbessert um einen Punkt Das ist halt so geil Jetzt ist der genau so gut Wie 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 Die Davi schon Ähm Sowas freut mich halt auch Immer mega Wenn dann Wenn man halt dann einfach so sieht So okay Die Spiele haben sich jetzt auch noch Verbessert Im nächsten Spiel werden wir Wahrscheinlich auch wieder mit Westergaard und Sonsic in der Doppel In der Innenverteidigung spielen Denn Ginter und Rüdiger Würde ich jetzt auch mal Eine Pause gönnen Denn als nächstes steht dann Natürlich Juventus Surin an und da muss ich wirklich Auf die Fittesten Der Fittesten Setzen Ich hoffe einfach Dass es euch gefallen hat Und wenn es euch gefallen hat Will ich mich mal eine positive Wertung freuen Als nächstes spielt Bayern gegen Hertha Da wird Hertha Wahrscheinlich dann wieder Gewinnen Nein Spaß Und Ja Ich hoffe damit Einfach dass ihr beim nächsten Mal Auch wieder dabei seid Und sage damit Bis zum nächsten Mal Haut rein und ciao Euer Mr. Panda Ich hoffe damit